Erich Fiedler war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Erich Fiedler begann zunächst ein Studium der Literatur- und Kunstgeschichte, besuchte dann aber die Schauspielschule Max Reinhards in Berlin, wo er auch im Herbst 1922 am Deutschen Theater sein Theaterdebüt gab. Es folgten Engagements am Stadttheater von Eisenach, am intimen Theater in Nürnberg, an der Komödie in Dresden und seit 1932 in Berlin. 1933 gab er neben Theo Lingern in der Komödie Marion, das gehört sich nicht sein Filmdebüt. Knapp 40 Jahre war er ein gefragter Charakter- und Chargendarsteller in Film und Fernsehen. Der kleine, hagere Mann mit der pointierten, hohen Stimme wurde dabei oft in komischen Rollen besetzt, spielte aber auch tragikomische und penible, unangenehme und düstere Charaktere. In seiner über 100 Filme umfassenden Karriere spielte er u.a., neben Heinrich George, Marika Röck, Ilse Werner, Hans Albers, Heinz Rühmann und Lilo Pulver. Daneben war Fiedler bereits ab 1935 umfangreich in der Synchronisation tätig. Auch hier lie er seine distinguierte, hohe und nasale Stimme oft Komikern, aber auch Rollen mit einem elaborierten britischen Understatement. So wurde er der deutsche Standardsprecher des Komikers und Charakterdarstellers Robert Morley. Zu den vielen berühmten Schauspielkollegen, denen er bis zu seinem Ruhestand 1976 seine Stimme lieh, gehörten Ron Moody als H. Drifold Kosgut in Vier Frauen und ein Mord, David Niven, Peter Cushing, Sammy Davis Jr., Bela Lugosi, Ferdy Main, Philippe Noaret, Donald Plissas, Basil Rathbone und Terry Thomas. Mitte der 1970er Jahre zog sich Fiedler vom Filmschaffen zurück. Seine letzte Synchronrolle übernahm er 1976. Am 19. Mai 1981 starb Erich Fiedler im Alter von 80 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt Berlin. Sein Grab befindet sich auf dem landeseigenen Friedhof Herrstraße in Berlin-Westend.